Es kann ein großartiges Leben werden, oder es kann wieder Durchschnitt werden. Es liegt an dir. Du kannst ein tolles Leben haben. Du kannst ein einzigartiges Leben haben. Du kannst glücklich werden. Wenn du dein Bestes gibst, wirst du nichts bereuen. Wenn du nichts machst, wirst du es bereuen. Wenn du es dir wirklich vorstellen kannst, wenn du es fühlen kannst, kannst du es erreichen. Erschaffe, kreiere, lebe. Mach das Beste draus. Jeden Tag. Es liegt an dir. Mach was draus. Erlebe das Leben auf einem neuen Level. Wenn du dich änderst, ändert sich dein Leben. Je härter du arbeitest, desto mehr Glück wirst du haben. Arbeite daran. Geh der Sache hinterher, denn es gehört dir. Jetzt schlägt sich ein neues, ungeschriebenes Kapitel in deinem Leben auf. Du schreibst dieses Kapitel mit deinem Leben. Dein Leben ist der Stift, von dem du dieses Kapitel schreibst. Es ist nichts Verkehrtes daran, niedergeschlagen zu werden. Es ist nichts Verkehrtes daran, Fehler zu machen. Es ist verkehrt, wenn man lieben bleibt. Es ist verkehrt, wenn man nicht aus seinen Fehlern lernt. Erfolge würde sich nicht gut anfühlen, wenn es einfach zu erreichen wäre. Aber wann weiß anderes? Und da ist es ein neues, neues Kapitel. Und da ist es dein Leben. Sohn. 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 Sohn.